Der Musikbrunnen in Bad Schlemer wurde am 30. September nach einer Grundsanierung technisch abgenommen. An diesem Tag war laut Stadtverwaltung Aue-Bad Schlemer auch der MDR vor Ort und berichtete anschließend. Weitere Medien griffen das Thema auf. Nun habe es Beschwerden von Besuchern gegeben, die aufgrund der Berichterstattungen davon ausgegangen sind, dass der Musikbrunnen wieder voll in Betrieb sei und das ganze Repertoire an Musik abgespielt wird. Laut Auskunft aus dem Rathaus der Stadt ist das derzeit aber nicht der Fall. Das Repertoire des Bad Schlemer Musikbrunnens umfasst zwölf Musiktitel. Pro Titel ist beim Aufspielen ein Aufwand von circa einem vollen Arbeitstag notwendig. Bis zum Einsetzen der Frostperiode sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Die Stadtverwaltung weist außerdem darauf hin, dass spätestens Ende Oktober zudem jahreszeitbedingt alle wasserführenden Brunnen winterfest gemacht werden. Sie gehen dann erst im Frühjahr wieder in Betrieb.